Hallo Leute, jetzt kommt euer Video hier auf meinem Kanal. Jetzt werden wir mal das Glitterio spielen. Und los geht's. Abo. Die nehme ich. Das alles nehme ich. Das ist nur meins. Das habe ich alles gekriegt. Und ich habe die Spieler weggekriegt. Oh, aber den muss ich kriegen. Hallo. Oh, oh. Ich hasse hier die kleinen. Die sieht man fast nicht. Abonniert auch. Alex. Alex. Alex Gerloff. Julian. Julian Jukovic. Und den Sabi Akkorn. Yippie. Und der war knapp, knapp, knapp. Und YouTube. Ob ihr mal was es ist. Lochis. Alles klar. Ich kann nur nicht spielen, weil ich jetzt gerade kein Internet habe. Und den großen habe ich jetzt mit Glück gekriegt. Oh, den auch mit Glück gekriegt. Das ist meins. Meins. Was ist das alles? Meins. 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 Das war juckt. Meins. Die Werbung. Was ist das? Meins. 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 drehen. Okay. Komm jetzt her, Polen. Und ich bin tot. Los geht's. Wow. Was ist denn hier los? Den hab ich, den hab ich gekriegt. Wow. Geil. Geil. Geil, 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 geil. Okay, er ist schnell weg. Er meint, ich hab raus. Nein! Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Schreibt mir mal in die Kommentare, soll ich... ...diesen Skin nehmen. Äh, diesen... ...diesen... ...diesen... ...oder... ...diesen... ...oder diese. Jetzt nehm ich einfach, so stopp. Deutschland. Sagt ihr mal dann, welchen Skin ich nehmen soll. Was findet ihr bestes? Geht ihr auf Computer oder auf Handy? Alles. Okay, den krieg ich. Yep. Mein Auge juckt. Meine Hand auch. Los. Wow. Uhu. Uhu. Ich bin eine Schlange. Ich kann nicht, was ich... Ich kann eigentlich alles... ...machen, was ich will. Okay. Das war's auch schon für diese Folge. Ich hätte mich gefällt. Einen Daumen nach oben. Und... ...lasst ein Abo da. Und dann würde ich mal sagen... Tschüss. Tschüss.